Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Purish Haul für euch und werde mit euch zusammen dieses Make-up hier schminken. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, welches dieser Produkte euch am allermeisten anspricht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, welches Produkt in am häufigsten in den Kommentaren genannt wird. Und ich starte jetzt mit meinem Haul und Make-up. Ich habe die ganzen Produkte, wie gesagt, bei Purish bestellt. Und Purish hat ein einzigartiges internationales Beauty-Markenportfolio mit ganz vielen verschiedenen, trendigen und exklusiven Produkten zu Thema Make-up, Hautpflege und Haarpflege. Und ich habe heute auch noch einen Rabattcode für euch, denn mit dem Code KIMBEAUTY könnt ihr 20% auf eure nächste Bestellung sparen. Der Code ist bis zum 15.05. gültig. Und ich werde euch auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Und ich werde euch das natürlich am Ende des Videos auch nochmal einblenden. Und ich würde sagen, ich starte jetzt direkt mal mit meinem Make-up. Und zwar habe ich da mit diesem Primer hier gestartet. Den kennt ihr schon von mir. Das ist von Nabla, der Angel Aura Primer. Ich glaube, ihr wisst, dass ich diesen Primer wirklich toll finde. Denn der sorgt für ein strahlendes Aussehen der Haut. Und die Haut wirkt sehr schön prall und auch geliftet. Ich kann euch diesen Primer auch einmal hier auf meinem Handrücken swatchen. Dann könnt ihr die Farbe nochmal genauer sehen. Weil der changiert so richtig schön. Ich verteile den mal so ganz leicht. Der hat so einen pfirsichfarbenden Unterton. Und der sorgt einfach dafür, dass die Haut richtig schön strahlt und ebenmäßig aussieht. Zusätzlich sorgt der Primer natürlich auch dafür, dass das Make-up und auch der Concealer viel besser auf der Haut haften. Und dass das Ganze natürlich auch haltbarer gemacht wird. Und die Haut einfach den ganzen Tag schön strahlt. Als nächstes habe ich dann meinen Concealer aufgetragen. Und dafür habe ich diesen Beautyblender hier genommen. Und ich finde dieses Set hier mega, mega süß. Das ist das Besties Glitter Set. Und darin enthalten sind einmal der Beautyblender, der vegane Beauty Cleanser und dann auch noch so ein Peeling Pad aus Silikon. Und ich finde, das ist auch so eine ganz, ganz coole Geschenkidee. Also ich finde das Packaging einfach mega süß. Also ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen. Ich habe den Beautyblender dann erstmal angefeuchtet. Dann wird der erstmal viel, viel größer. Und dann habe ich, wie gesagt, den Concealer aufgetragen. Und da habe ich hier von Dominique den Concealer. Das ist der Wide Awake Concealer. Und den habe ich in der Farbe Oatmilk. Den habe ich auch schon mal aufgebraucht. Den habe ich euch schon mal gezeigt, weil der hat so einen ganz, ganz coolen Applikator. Der ist nämlich sehr, sehr, sehr schön kühlend. Den zeige ich euch jetzt mal etwas genauer in der Kamera. Der hat nämlich einen richtig coolen Kühlstabapplikator. Außerdem enthält dieser Concealer Koffein. Und das sorgt dafür, dass Augenschatten und Augenringe minimiert werden. Und von der Deckkraft her würde ich sagen, ist der schon ziemlich stark. Also auf der Packung steht mittel bis stark deckend. Ich finde ihn aber wirklich sehr, sehr schön stark deckend. Ich brauche davon überhaupt nicht viel. Also ich habe da wirklich nur so ein paar Striche in mein Gesicht gemalt. Ich habe ja auch keine Foundation verwendet. Habe das Ganze dann einfach verblendet. Und das funktioniert auch super gut. Also der Concealer rutscht gar nicht in die Poren oder in die Fältchen rein. Und bleibt auch den ganzen Tag da, wo er sein soll. Man muss ihn nicht unbedingt setten. Ich habe ihn allerdings gesettet. Und zwar habe ich ebenfalls von Dominique Cosmetics ein Setting Powder verwendet. Das ist das Rosita Brightening Setting Powder. Und das ist so ganz schön rosa. Das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel Grüntöne so ein bisschen ausgeglichen werden. Ich habe nämlich zum Beispiel unter den Augen relativ ausgeprägte Adern. Und damit kann ich die ganz gut kaschieren. Ich zeige euch das Puder mal genauer. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Also falls ihr so wie ich grüne Äderchen unter den Augen habt, dann ist das hier wirklich ein gutes Produkt, um die Äderchen so ein bisschen zu kaschieren. Dieses Puder ist angereichert mit Hyaluronsäure und sorgt dafür, dass der Concealer und auch das Make-up den ganzen Tag an Ort und Stelle bleiben. Und hier muss man wirklich nur so einmal mit dem Pinsel über sein Gesicht gehen. Und es sieht wirklich direkt richtig schön matt aus. Dann ging es weiter mit Bronzer. Und ich habe total vergessen, bei Purish einen neuen Bronzer zu bestellen. Ich habe nämlich beim letzten Mal diesen hier bestellt. Mit dem bin ich super zufrieden. Das ist von Physikians Formula, der Butter Bronzer in der Farbe Bronzer. Da fragt ihr mich auch immer, welche Farbe ich hier verwende. Ihr seht auch, den habe ich schon sehr, sehr gut verwendet. Der duftet so, so gut nach Kokos, aber nach so natürlicher Kokosnuss. Also richtig cool. Und der ist super schön weich, super pigmentiert. Der wird nicht fleckig. Und den verwende ich aktuell wirklich jeden Tag. Als nächstes habe ich dann einen Balm Blush aufgetragen. Und dieses Produkt finde ich so, so cool. So ein Produkt hatte ich wirklich vorher noch nie. Das ist von Danessa Murricks Beauty. Der Yummy Skin Blush in der Farbe Primadonna. Primadonna. Also die Farbe, die sieht ja wirklich super schön aus. Und wenn man sich das Produkt mal genauer ansieht, dann sieht das erstmal aus, als wäre das so ein Lip Balm. Aber wenn man dieses Produkt dann zwischen seine Hände gibt, dann wird das irgendwie so pudrig. Also das ist wirklich ganz verrückt. Also ich mag die Textur davon total. Und ich habe das Ganze dann jetzt mit meinem Make-up Schwämmchen auf meine Wangen aufgetragen. Das kann man aber auch super gut mit einem Pinsel auftragen oder auch mit den Fingern. Und dieses Produkt kann man sogar auch für seine Lippen verwenden. Dieser Blush ist wirklich sehr, sehr hoch pigmentiert. Da kann man seiner Kreativität auf jeden Fall freien Lauf lassen. Ich habe ja auch was mehr aufgetragen, wenn mir das aktuell sehr gut gefällt. Und der sorgt auch dafür, dass die Haut so richtig schön verfeinert wird. Also die Haut sieht so wirklich perfektioniert aus. Und das ist aktuell wirklich so meine kleine Geheimwaffe. Dann ging es weiter mit Highlighter und da habe ich auch wieder ein Produkt von Danessa Myricks. Und zwar ist das der Vision Flush Glow. Und den habe ich hier in der Farbe Tiara. Und den habe ich mir dann auf meine Wangen und auf meine Nase aufgetragen. Und das ist wirklich mit Abstand der beste flüssige Highlighter, den ich jemals hatte. Der trocknet nicht so an, der wird nicht fleckig. Der schmilzt einfach auf der Haut und verschmilzt mit den anderen Produkten. Sieht sehr schön ebenmäßig aus, sehr schön glowy, glänzend, hält den ganzen Tag. Und man kann sich damit wirklich so einen richtig schönen Wet Look ins Gesicht zaubern. Gefällt mir persönlich richtig gut. Und ich glaube, ich werde als nächstes mal versuchen, mit denen so ein bisschen in meine Foundation oder in meinen Concealer einzumischen. Damit meine Haut einfach so richtig schön glowy aussieht. Mein Augenmakeup habe ich mit dieser Palette hier von Mesauda geschminkt. Das ist die Gold and Roses Palette. Und die habe ich tatsächlich schon einmal aufgebraucht vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Und bin ganz froh, dass ich sie jetzt wieder habe, weil die hat so wunderschöne Farben hier drin. Und die sind so, so toll pigmentiert. Also ich habe erst mal mein ganzes Augenlid mit der Farbe My Girl neutralisiert. Dann habe ich die Farbe Saga verwendet und habe die in meine Lidfalte gearbeitet und das Ganze so ein bisschen nach oben zu den Augenbrauen verblendet. Dann habe ich das Ganze noch leicht intensiviert und habe die Farbe Lancelot in meine Lidfalte gearbeitet und habe das so gut wie gar nicht nach außen hin verblendet. Und dann habe ich meine Finger genommen und habe erst mal die Farbe Peace verwendet und habe das Ganze auf mein Augenlid eher auf der inneren Seite aufgetragen. Und schaut euch mal bitte an, wie stark das pigmentiert ist. Also ich bin wirklich nur einmal kurz in die Farbe gegangen und habe das Ganze dann aufgetragen. Richtig, richtig toll. Nach außen hin wollte ich das Ganze dann noch so ein bisschen dunkler haben und habe dann die Farbe Amber Queen aufgetragen. Das habe ich ebenfalls mit meinem Finger gemacht, weil so schimmernde Töne immer besser pigmentiert sind, wenn man sie mit den Fingern aufträgt. Und für meinen unteren Wimpernkranz habe ich dann die Farbe Amber Queen und die Farbe Saga miteinander vermischt und habe das Ganze dann dort aufgetragen mit so einem kleinen Pinselchen. Meine Wimpern habe ich dann mit einer Disney Mascara von Catrice getuscht. Und zwar habe ich hier die Maxit Cruella Volume & Length Mascara verwendet. Die hat ein ganz schönes Silikonbürstchen. Das ist so ein bisschen dicker und hat nach hinten hin ein paar längere Bursten und nach vorne hin einfach so ein paar kürzere Bursten. Und diese Mascara sorgt für lange und voluminöse Wimpern. Da ist auch Shea Butter mit drin, was bedeutet, die hat gleichzeitig auch einen pflegenden Effekt. Und davon habe ich zwei Schichten aufgetragen und dann sahen meine Wimpern irgendwann so aus. Und ich finde, sie macht die Wimpern lang, aber vor allem macht sie die Wimpern voluminös. Also ich würde sagen, das ist eine Mascara, die vor allem für Leute geeignet sind, die von Natur aus schon lange Wimpern haben und dann einfach so einen falschen Wimpern-Effekt haben wollen, indem man da einfach nur ganz viel Volumen rein zaubert. Ich finde, die Lippenkombination, die ich heute trage, ist wirklich perfekt für den Frühling und Sommer. Ich finde, das sieht so, so schön aus. Und so habe ich erstmal von LH Cosmetics diesen Lip Liner hier aufgetragen. Das ist der Crayon Lip Liner in der Farbe Dusty Pink und der schmilzt was auf den Lippen. Also man muss nur ganz, ganz leicht über die Lippen gleiten und das ist wirklich so ein tolles Gefühl. Zusätzlich dazu ist das Produkt auch noch wasserfest. Es hält den ganzen Tag und umrandet die Lippen einfach super schön. Also es bleibt alles an Ort und Stelle. Und danach ging es weiter mit diesem Lippenstift hier von Nabla. Und so ist das der Beyond Jelly Lipstick in der Farbe Sublime. Der sorgt für ein ganz schönes aufgepolstertes und weiches Finish auf den Lippen. Und der hat so einen schönen Newton. Ich finde die Packung auch einfach mega schön. Und den mag ich sehr gerne in Kombination mit dem Lip Liner. Sorgt dafür, dass das Ganze nochmal so ein bisschen aufgehellt wird. Die Lippen sehen sehr, sehr schön gepflegt aus und einfach ganz schön gesund und perfekt für den Frühling und Sommer. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie euch der fertige Look gefällt. Und denkt daran, eure 20% Rabatt mit dem Code KIMBEAUTY einzulösen. Der Rabattcode ist wie gesagt bis zum 15.05. gültig. Und ich habe euch alles nochmal in der Infobox verlinkt. Da findet ihr auch alle Produkte nochmal. Braucht ihr einfach nur draufklicken. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Shoppen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.